Jetzt bin ich verbunden mit Felix und Felix ist 25 Jahre alt. Hallo Felix. Hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Was machst du denn oder hast du gemacht? Ja, jetzt hatte ich es gerade über Gerüche, da musste ich ein bisschen lachen. Also ich bin tätig und zwar reinige ich sogenannte Auffangbecken von städtischen Abfällen, Fäkalien, Kloakenbecken. Oh, da bist du natürlich volle Kanne konfrontiert, mit Gerüchen aller Art. Oh ja. Ja, du reinigst diese Becken, also so Klärwerke oder was ist das? Genau, also es sind eine Art Klärwerke, teilweise wieder Aufbearbeitungswerke. Also man muss sich das vorstellen, aus verschiedenen Stadtbezirken fließt eben so der ganze Schutt, die ganze Fäkalien von uns Menschen eben zusammen und dem muss ja irgendwas geschehen. Die werden in diesen Becken aufgefangen. Die Becken müssen eben regelmäßig gewartet werden und auch teilweise, man kann sich das nicht vorstellen, gesäubert werden. Ich habe das mal einmal, Entschuldigung, ich habe es einmal mal gesehen. Das war auch so ein unglaublich großes Becken, wo der ganze Siff abgelagert wurde, bis er vertrocknet war. Macht man das heute immer noch so? Also deswegen versucht man das Ganze ja regelmäßig, man wird dann abgelassen, also die ganze Kloaken wird abgelassen und das Becken wird dann gereinigt. Aber es gibt eben auch den Moment, dass irgendwas verstopft ist. Ja, ja. Und dann wird man gerufen, also in dem Fall ich, und wird beauftragt, eben gewisse Rohre die Verstopfung zu lösen. Wie macht man das? Hast du Gerätschaften dafür? Ja, also ich selbst trage einen Schutzanzug, der ist voll aus Gummi. Ach, du steigst da sogar rein? Ja, ja, ich tauche da regelmäßig. Ach, du, ich dachte, du würdest da oben am Becken dran stehen und mit einem großen Stab irgendwann. Also wir wollen sagen, du steigst in die Scheiße rein. Ja, ja, richtig, in der Tat. Das ist ja krass, mit einem Taucheranzug. Taucheranzug richtig, ja. Aber da sieht man aber gar nichts. Da sieht man nichts, da hat man, man muss sich ja vorstellen, so einen Scheibenwischer, eine Taucherglocke mit Scheibenwischer, ja. Also es ist schon irgendwie verrückt. Und man ist dann dort unten und sieht eben immer nur partiell etwas, also nur für einen kurzen Moment. Man bewegt sich quasi, ja eben, man hat immer eine kurze Sicht und in die Richtung schwimmt man. Und wenn man am Rohr ist, das gereinigt werden muss, hat man eben auch Werkzeuge. Also man hat zum Beispiel Saugglocken, man kann, wie diesen Plöckel, diese Gummidinger, genau, sowas eben in etwas größer und auch elektrisch. Man kann also auch anziehen und reindrücken und macht so Rohre frei. Was verstopft denn da, was ist denn da so üblich? Was findest du, was siehst du da? Also, ja, ich sehe dort Kot. Ja, ist klar, ja, ja. Das ist ein Kot in Massen. Und was eben so in der Kanalisation noch rumschwimmt, das sind Abfälle, das sind also, das ist Papiermüll, das sind Dosen, das sind, also alles, was so weggeschmissen ist und eben dann eigentlich unrechtmäßig in der Kloake eben unten landet. Und das sorgt eben manchmal wie so eine Art, ja, da schwimmt dann alles zusammen und verstopft eben so ein Rohr. Was würde passieren, wenn ich das Ganze nicht beheben würde? Wäre ganz einfach, dass dieses Becken überlaufen würde und die Pfizer auf gut Deutsch überschwemmen würde. Was hast du da schon für Sachen gesehen, die dich fast umgehauen hätten, dass die da zu finden sind? Oh, also angefangen harmlos von natürlich Reservativen bis über Dosen. Ich hatte, also das, Kleidungsstücke jeglicher Art, also man findet dort, da möchte ich auch nicht wissen, wo sie herkommen, Schlüpfer, Herrenschlüpfer, Damenschlüpfer. Wahrscheinlich, da denke ich mal, die werden runtergespült eben, ganz normal durch die Toilette. Ja, genau, alles, was in der Toilette runtergespült wird, landet natürlich auch unten in der Kloake, ist klar. Gibt es auch Tierkadaver? Tierkadaver natürlich auch Rassen. Klar, natürlich, ja, klar, aus der Kanalisation, naja. Rassen sind quasi schon Standard, die schwimmen da unten drin auch rum, die liegen am Grund und die interessiert, die werden auch alle Vierteljahre, wenn die mal komplett, also überhaupt der größere Schund, also die größeren Teile, sage ich jetzt mal, werden dort aussortiert. Also die werden rausgeholt, richtig geht rausgeholt. Stell ich mir das vor, da sitzt du da wirklich in dieser Kloake und säuberst das, dann kletterst du völlig eingesifft nach oben wieder. Wie geht es dann weiter? Dann muss sich auch erstmal jemand abduschen oder wie läuft? Genau, es gibt dann sogenannte Duschkabinen, da läuft man einfach rein wie so ein Frosch und dann drückt man eben auf den Knopf und dann kommt man und macht Pschsch und dann wird man komplett per Dampfstrahler, also auch schon, dass schön alles weg ist. Also erstmal der Anzug, ne? Erstmal der Anzug wird gereinigt. Genau. Voller Anzug, ja genau. Genau, man dreht sich dann quasi im Kreis, die Dusche läuft automatisch mit ziemlich viel Kraft, dreht sich im Kreis, sodass man auch alles weg hat, man tut halt seine Hände in den Straßen oder seinen Anzug geben. Ja und dann, wenn es dann soweit ist, dann zieht man sich aus und wenn man sich aussieht, hat man ja logischerweise auch Kontakt mit dem Anzug, ist ja klar und dann desinfiziert man sich natürlich nochmal. Normalerweise auch wirklich jegliche Wunde oder jegliche kleine Geschichte am Arm oder an den Händen, da ist hohe Ansteckungsgefahr. Ja, du kannst dir alles möglich holen, die schlimmsten Krankheiten bis hin zur Hepatitis C und weiß ich was, alles. Alles, da wird sehr drauf geachtet und man muss dort auch wirklich, also man kriegt den ganzen Körper, man sprüht sich komplett ab, man kriegt den ganzen Körper. Wie oft machst du das? Jeden Tag? Also früher, wie gesagt, ich habe damals ja auf diese Anzeige reagiert und da war das Ganze eben nach Auftragslage. Inzwischen habe ich ja eine ICHEG gegründet. Achso. Ja, ja und plane eben das Ganze je nach Auftragslage zu machen. Das heißt, ich interiere auch und sage, das gibt es ja nicht nur in meiner Stadt, das gibt es ja in vielen anderen Städten auch und versuche eben, ja mich so ein bisschen zu etablieren als der... Achso und ich dachte, du wärst ein städtischer Bediensteter, nein, du bist ein freier kleiner Unternehmer, der nach Bedarf angefordert wird. Inzwischen ja, genau. Ich muss hier was zu dem Gestank fragen. Wenn du da in deiner Glocke drin sitzt, dann riechst du ja nichts. Oder riecht man da auch was? Man riecht etwas. Dafür gibt es ja eben diese Nasenklemmen eigentlich, so eine Art Nasenklemmen ist es. Aber du kriegst doch den Sauerstoff aus deiner Flasche. Und dennoch kommt da Geruch irgendwie durch. Dennoch kommt Geruch durch, ja. Also es stinkt so sehr, dass selbst trotz des Sauerstoffs durch die Flasche Geruch in der Glocke ist, die du auch wahrnimmst. Auch durch den Mund. Riecht, ja. Als du das das allererste Mal gemacht hast, hast du dich nicht abgrundtief geekelt? Soll ich ehrlich antworten? Nein. Nein? Ja, dann bist du hart im Nehmen. Ja, ich bin hart im Nehmen. Genau solche Leute haben sie auch gesucht. Deswegen also, wie gesagt, und ich hatte es vorhin schon, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, also man verdient 50 Euro die Stunde. Ja, ja. Und die werden auch gerne bezahlt. Also das ist für mich, sage ich mal, wenn ich zweimal die Woche einen Auftrag habe, dann reicht das. Mhm. Und einigermaßen gutes Leben zu leben. Ja. Wenn du das Leuten erzählst, Frauen beispielsweise, wie ist da die Reaktion? Wir hatten gerade das Thema ja auch schon bei den anderen Anrufern. Ist klar. Also meine Freundin, die hat natürlich lange gebraucht, bis sie damit klargekommen ist. Es ist auch immer so eine, natürlich klar eine Imagefrage, wie kommt das rüber, wenn man irgendwo auf einem Geburtstag sitzt. Ja, klar. Und darum, was macht denn der Bub? Ja, ist auch nicht gerade so ein Beruf, wo man mit angeben kann, ne? Ja, richtig, richtig. Und ja, dann, man versucht darum rumzukommen, über das Ganze zu reden. Aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann muss man nach einer Weile auch ein bisschen dicke Haul entwickeln, um zu sagen, ja, also ich reinige eben Kloaken. Ja, klar. Ich reinige euren Dreck weg, den ihr jeden Tag macht. Genau, richtig. Ja, so ist es doch. Ja, genau. Wir sind ja alle dafür verantwortlich, was du da wegräumst. Aber du lügst dich da nicht irgendwie raus. Du stehst dann schon zu dem, was du machst. Ich stehe schon zu dem, was ich mache. Also, wie gesagt, wenn das Eis erstmal gebrochen ist, dann ist es auch meistens ganz umgängig. Am Anfang, natürlich, die erste Reaktion ist immer gleich, ist immer erstmal, sag mal, spinnst du, was machst du? Ja, ja, ja. Dann erzählst du den Leuten wie ich dir und dann, ja, nach einer Weile. Ja. Vor allem, wenn man dann erzählt, dass man dabei ganz gut verdient. Und der eine oder andere sagt dann, echt, wo kann man das machen? Also, auch wieder ein Job, den ich so nicht kannte, noch nie gehört habe, der aber absolut notwendig ist und gut, dass es Leute gibt, die das machen, wie beispielsweise Felix. Danke für den Anruf, Felix. Domian, alles Gute dir. Alles Gute dir auch. Ja. Tschüss. Tschüss.